Der König spricht alle zu mir zum Beste-Hexe-Test-Turnier. Am Abend mache ich dann bekannt die Beste-Hexe vom ganzen Land. So sieht der König aus. Er hat sogar eine Startfahne in der Hand, damit es losgehen kann. Wie selder Grauenstein tritt vor, flüstert dem König was ins Ohr. Und plötzlich, wie ganz von alleine, wachsen dem König Ziegenbeine.